Die heute Express Nachrichten herzlich willkommen. Nach dem Messerangriff in Würzburg mit drei Toten und mehreren Schwerverletzten bleibt das Motiv des Täters weiter unklar. Bayerns Innenminister Herrmann schließt einen islamistischen Hintergrund nicht aus. Bei den mutmaßlichen Täter soll es sich um einen 24-jährigen Somalier handeln, der bereits in psychiatrischer Behandlung war. Er hatte gestern in der Würzburger Innenstadt wahllos auf Menschen eingestochen. Das Robert-Koch-Institut stuft Russland und Portugal als Virusvariantengebiet ein. Wegen der starken Verbreitung der Corona-Delta-Variante wird ab Dienstag die Einreise aus den beiden Ländern massiv eingeschränkt und es gelten dann strikte Quarantäneregeln. Die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland. Das Robert-Koch-Institut meldet 592 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 516 weniger als vergangenen Samstag. 68 Todesfälle kamen innerhalb eines Tages hinzu. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 5,9. US-Präsident Biden bewertet die Höhe der Haftstrafe gegen den früheren Polizisten Derek Chauvin als angemessen. Wegen der Tötung des Afroamerikaners George Floyd wurde Chauvin gestern zu 22 Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte 30 Jahre Haft gefordert, die Verteidigung einer Bewährungsstrafe. In Kolumbien ist der Hubschrauber von Staatspräsident Duque beschossen worden. Duque war zusammen mit dem Verteidigungs- und dem Innenminister im Osten des Landes unterwegs. Alle Insassen blieben unverletzt. Die Hintergründe des Angriffs sind bislang unklar. Duque bezeichnete den Angriff als feige. Weitere Nachrichten finden Sie in unserer ZDF-Heute-App. Auf Wiedersehen.